Willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Nach einer letzten recht überzogenen Folge bereiten wir uns jetzt darauf vor, das Materia Beast zu besiegen. So, ich habe schon gesagt, man kann große Fehler machen. Den einen will ich auch gleich verhindern. So, du kriegst mal irgendeine Viererrüstung, dass du nichts verlierst. Dann PHS. Erste Regel, so traurig es ist, nein, wir können Vincent nicht mitnehmen. Nicht so, wie er derzeit ist. Wir nehmen Yuffie mit, die macht ein bisschen mehr Schaden, soweit ich weiß. Ne, wir nehmen Barrett mit. Wir nehmen Barrett mit. So, Barrett kriegt seine Feindschleuder, die macht schon viel Schaden. Kriegt ein Silberarmband und kriegt ein Whatever. Dann geben wir ihm alle Materias, die Vince hatte. So, dann wollen wir in die Rüstung tauschen. So, wir wollen bei Barrett die alle Heilung behalten. Wir wollen in die Rüstung eine der Nebenwirkungen. Das war eine Nebenwirkung, oder? Ja. Nebenwirkung und Ramu. Dann wollen wir hier... Nebenwirkung und Gewitter. Und dann wollen wir hier... Da ich keine weitere Nebenwirkung habe... ...hat Cloud bekommt die... ...Extra HP. Und außerdem eine Hitze mit einem gewissen Level, um einfach auch den Schaden anordnen... ...durchführen zu können. Also um Schaden machen zu können. Halt, nein, Hitze eben nicht. Haha, das ist genau das. Hitze nicht, sondern Kälte. Der Materia Keeper ist nämlich... ...interessanterweise heilt er sich bei Feuerangriffen... ...und deswegen muss man... ...dass man kein Feuer verwenden. Deswegen kein Vince. Und... Ja, ne, die behalten du mal. Genau. Und er hat einen starken Blitzangriff, gegen den man sich auch schützen will. Und damit haben wir einen Bosskampf. Gegen dieses eklige Vieh hier. Äh, ich fange an mit Rauben. Nichts zu stehlen, das klemmt gut. Sprungattacke Rums. Was wir natürlich machen könnten jederzeit wäre, mit Aqualung zu kämpfen. Beta ist sinnlos. Substanzhalter. 6000 HP. Keine Schwäche, aber... ...wie gesagt, Feuerheil. Den ich kann es mal kurz zeigen. Ich mache mal einen ganz schwachen Feuerzauber. Ah, dann nutze ich mal Hass auf alle. Das ist natürlich immer eine gute Idee. Ja, hier. 125 Heilung. So, Barrett hat jetzt eigentlich keinen großen Job. Barrett ist jetzt quasi unser Heiler. Äh, nochmal Aqualung. Und noch ein Aqualung. Und eine... Heilung zuhause auf alle. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was der einen Schaden angerichtet hat. 800. Ach ja, das geht. Mal sehen, was meine Angriffe machen. Boom, boom. Oh, viel zu wenig. Dann werfen wir mal mit... ...äh... ...so was um uns und... Ich glaube, man darf Blitz verwenden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Solange man... Ich probiere mal einen Blitz aus. Oh, der kann sich selber heilen. Das ist nicht so angenehm. Ja, Blitz darf man verwenden. So, machen wir eine Heilung 1 auf alle. So, Beben funktioniert auch. Genau, und deswegen möchte man sich schützen gegen Blitzangriffe. Wir haben... ...tryen gelernt. Blitzzauber auf alle Gegner. Dann kann ich jetzt auch die Megaabwehr nutzen. Das war schmerzhaft. Das war schmerzhaft. Ich bin froh, dass ich gerade... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich bin froh, dass ich den Schutzzauber rausgezogen habe. Mal eine Doppelheilung. Und eine weitere Sprungattacke. Ähm... Ja, das sollte der Kampf auch schon so ziemlich gewesen sein. Man sieht, mit guter Vorbereitung sind starke Bossgegner eigentlich kein Problem. Und, äh, sowas wie, wenn man weiß, mit welchen Elementen sie angreifen, die richtigen Schutzsachen rauszuholen, ist auf jeden Fall eine gute Vorbereitung. Und ja, wenn Winsen da gewesen wäre und wir den Limit benutzt hätten, dann hätte der immer und immer wieder den Feuerball benutzt. Eins Maragdring. Und eine Materia. Konter. So. Äh, das passt. Das passt. Hier kann wieder... Moment. Hier kann wieder Wins her. Äh, jetzt habe ich eine Sache natürlich vergessen. Ah, ich habe noch ein Silber übrig. Okay. Aber gut. Ich kann ja jederzeit wechseln. Rieg. So. Und, äh, ausrüsten. Silberarmband. Und das Maragdring. Schützt vor Lähmung, Versteinerung und allmählicher Versteinerung. Was eigentlich schon ganz cool ist. Ja, das passt so. Äh, haben wir noch irgendwo einen freien Materia-Slot, den wir eigentlich nicht brauchen? Behandlung hat ein Level, wir können jetzt Isuna, Isuna, ähm, heilt alle Statuseffekte. Hm. Eigentlich hätte ich gerne noch einen freien Materia-Slot. Für die Contra-Materia. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Wir gehen weiter. Und wir sind wieder auf der Weltkarte. Deswegen habe ich auch noch nicht gespeichert. Ich war mir recht sicher, dass die Weltkarte bald kommt. Nachdem man aus dem Materia-Keeper-Kampf raus ist. Äh, es kann gut sein, wenn wir jetzt zum Fort Condor zurückgehen würden, dass da neuer Kampf wäre. Das weiß ich gerade echt nicht. Ist mir aber recht egal gerade. Muss ich sagen. Im Fort Condor habe ich mich jetzt schon länger nicht mehr beschäftigt. Ähm, wichtig ist ein Kampf, der später kommt und den muss man machen. Und auf den werden wir uns dann konzentrieren. So, erstmal fangen wir mit dem guardianischen Biest an. Es ist schön, wir haben jetzt Beta, Aqualum und Shrine. Ich glaube, das sind die drei elementaren... Also, es gibt keine weiteren elementaren Dinge. Solche Feindtechniken. Solche alle treffenden Feindes-Techniken. Ähm, es gibt noch nicht elementare. Mindestens eine. Und da weiß ich auch wo. Und das dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Also wir sind auf jeden Fall schon ganz gut mit unseren Feindes-Techniken dabei. Wir haben zwei Materias mit sehr vielen Feindes-Techniken schon. Und, äh, ich habe extra betont, zwei Materias. Man kann insgesamt bis zu vier Feindes-Techniken-Materias haben. Oh, Rocket Town. Ähm, genau. Man kann insgesamt vier Feindes-Techniken-Materias haben. Und um die alle 100% zu machen, muss man aber wissen, was man tut. Was ist das? Eine schräg stehende, vollgemooste Rakete. Eine rostige, alte Rakete. Frage mich, wofür ist das was riesiges gebaut haben? Äh, frag den Käpt'n etwas über die Stadt. Er ist der Chef. Äh, hast du einen Mann im schwarzen Umhang gesehen? Ein Mann in einem schwarzen Umhang? Nö, nie gesehen. Wer ist der Käpt'n? Der Käpt'n oder Pilot, als Schienenrann nach einem Raumfahrtprogramm interessiert war. Soll der erste Astronaut der Welt werden, aber dann geschehen um Glück, blablabla, ja, ja. Hier ist ein Waffenladen. Schrotflinte. Goldarmband. Kraftarmband. Nice. Uh, die Dinger hier sind cool. Ähm, ich will mal meinen Schaden maximieren. Meine Rüstung maximieren und meinen Schaden maximieren. Auch wenn die Heckenschütze zuverlässiger trifft, aber mehr Schaden ist immer gut. Und das Goldarmband ist immer gut. Und wie gesagt, Schaden maximieren. Für Tiefer war das ein gutes Rüstungs-Upgrade. Oh, hau, 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 hau. So, kann man den noch irgendwo ausrauben? Hat der noch irgendwas liegen? Ich glaube nicht. Na, eine Toilette. Dann müsste das hier ein In- oder ein Materialladen sein. Hm, oder nicht? Was? Im Shanghai, 100 Gil. Ja, doch. 100 Gil ist immer gut. Billiger als ein Zelt. Üblicher Kommentar. So, dann könnte man da hoch. Was gibt's hier oben noch? Die Betten. Noch ein zweites Zimmer. Schade, dass da niemand drin ist, der sich beschwert, dass man die ganze Zeit reinrennt. Das wäre mal was Schönes. So, dann ist hier... Ja, da redet auch noch mal über den Käpt'n. Hier noch eine Toilette, da kann man klopfen. Bis jetzt! Ja. Und, wenn man jetzt hier mit diesem alten Sack redet... Das war früher eine China-Basis. Von hier aus starteten die Raketen. Hast du die Jeeve-Rakete gesehen? Das war China-26. Sie ist jedoch nie gestartet. Sie steht hier einfach nur rum. So kommt die Stadt zu ihrem Namen. Shinra-26. Sollen wir die Rakete gemeinsam ansehen? Ja, natürlich. Das hat einen Grund, warum ich mit dem so lange rede und alles mache. Ich bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt, wenn ich sie anschaue. Tut mir leid, dich da mit reinzuziehen. Für mich ist das eine Art Hobby. Aber nimm das als Zeichen meiner Erkennung. Yuki, äh, Yoshi-Yuki. Ich dachte, das hieß Yuki-Yoshi. So. Das Yuki-Yuki, Yoshi-Yuki, ist ein starkes Schwert für Cloud. Also es macht jetzt schon 16 Schaden mehr, als das normale Schwert, was er gerade hat. Dafür hat es nur zwei Materia-Slots. Äh. Was mal derzeit passt. Das war das über die Wasser. Und es wird noch stärker. Und das ist das Besondere. Es wird noch stärker, wenn einer meiner Kollegen rot ist. Also tot ist. Objektladen. Auch nüt. Ja. Das Yoshi-Yuki-Schwert. Schutz. Warum hatte ich noch keine Schutz? Und was ist Schluss? Tod wahrscheinlich. Schluss brauche ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was Schluss ist. Final. Final ist aber eigentlich eine... Zwar wechsle ich es, glaube ich, gerade. Ich verwechsel es, glaube ich, gerade mit einer Materia, die man... erst ein bisschen später bekommt. Äh. 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 Ja. Es gibt nämlich eine Materia namens Final, die dann benutzt... Also die kann man kombinieren und die wird dann benutzt, wenn man... Äh. Gerade... stirbt. So. Also Schutz, Barriere, Zauber, Barriere, Spiegel, Mauer. Eigentlich alles unwichtig, weil wir haben, ähm... Die große... Den großen Schutz vom Feindeskönnen. Aber ich will die haben. Schluss. Fliehen und löschen. Also ich kann... Ich kann vom Gegner direkt fliehen. Anscheinend. Und wenn ich die level, dann kann ich den Gegner aus dem Kampf löschen. Das will ich beides eigentlich nicht, weil ich glaube, das gibt keine Erfahrung. Aber ich will sie jetzt einfach haben, um sie zu haben. Äh. Der will die Leute auf der ganzen Welt zum Lachen bringen. Oh, da ist eine Truhe. Kraftkapsel. Nice. Yes. Kenn ich irgendwelche guten Witze? Mhm. Leute zum Lachen bringen ohne Witze ist natürlich auch gut. Äh. Will ich hier schon rein? Nein. Glaube nicht. Okay, das ist es blöd. Ähm. Für die Story, die kommt, habe ich die Zeit wahrscheinlich nicht. Aber... Ähm... Die ist notwendig, um weiterzukommen. Deswegen lasst uns mal folgendes tun und hier ein bisschen rumlaufen und ein paar Gegner töten. Dann können wir wieder ein bisschen Geld farmen und... Ein bisschen leveln. Und wir sehen das Yoshi-Yuki-Schwert. Ich dachte echt, das heißt Yuki-Yoshi. Ich weiß nicht, warum ich das in Erinnerung habe als Yuki-Yoshi. Angriff von zwei Seiten. Süß. Schaut euch dieses coole Schwert an bei Cloud. Das gefällt mir echt total, dieses... Dieses Samurai-Schwertchen. Es ist nicht so Samurai-ich und groß wie das von Sephiroth. Aber groß genug. Und alle Charaktere machen jetzt 400 Schaden minimum beim Angriff. Das ist ein Fortschritt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Okay, also dieser Stärke-Bonus, der bringt's auf jeden Fall. Ja, super. Danke für den Doppelangriff. Und beim Jubel zoomen wir auf tiefer. Ne, okay, aber nicht weit genug. Yuki-Nuss und wenig Geld. Schauen wir mal, was sich sonst noch in der Gegend befindet. Wo geht's denn weiter? Wir können ja mal gucken, wohin wir weitergehen. Oh, das sind Chocopo-Spuren. Weil bisher war's ja mal so, wir sind von Stadt zu Stadt. Und, äh, dann ging's da irgendwann weiter. Aber irgendwie ist hier kein Weg. Äh, habt ihr was zum Rauben? Habt ihr was zum Manipulieren? Heilmittel. Naja. Ah, die lassen sich manipulieren. Also, sie können sich potenziell manipulieren lassen, wenn man trifft. So muss man's ausdrücken. Äh, machen wir einen weißen Wind. Ich hab 100 Geld, ich kann wieder rasten im Gasthaus. Ein Weltscher. Weil weißer Wind hält ja auch alle Zustände. Hm, Klauen und Giftweh. Kann der sich selber vergiften? Ah, das hab ich noch gar nicht erzählt. Ähm, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Äh, wenn man gegen untoten Gegner, also zum Beispiel Ginathak, den Boss, den wir da im Cosmo Canyon hatten. Wenn man gegen die den weißen Wind verwendet, dann, ähm, weiß ja, die kriegen ja das Gegenteil von der Heilung ab. Also die kriegen ja normalerweise Schaden, wenn man heilt. So, wenn man gegen Ginathak jetzt sowas benutzt wie den weißen Wind, dann wird er von allen Statusveränderungen, die er potenziell haben kann, soweit ich weiß, direkt beeinflusst. Was auf jeden Fall ein sehr mächtiger Effekt sein kann. Da hab ich damals gar nicht dran gedacht, als wir gegen Ginathak gekämpft haben. Das wär natürlich auch sehr spaßig gewesen. Aber so ist es halt. Solche Dinge vergisst man einfach. Und wieder eine Luchilinus. Das ist schön, wenn wir mal tatsächlich eine Chocopo-Zucht anfangen sollten. So, ich würde jetzt aber auch sagen, wir beenden den Part hier einfach. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend noch und tschüss.